und am morgen sind dann die kühe vor der hütte und grasen weiter kommen sie nicht herein neugierig werden sie ja alle die kuh macht auch noch eine kuh aber wie gesagt ihr braucht keine sorge haben ihr seid gut geschützt durch den holzzaun und wenn er diesen nicht zu machen tut den holzzaun diese latte dann habt ihr die ganzen kühe in der früh auf der veranda und das sind schon eine menge und das problem ist dann sie scheissen einfach überall hin und da kommen schon die nächsten kühe auch die kleinen da wir auf der alm also mutter kuh eine mutter kuh haltung haben und hier herum vor der hütte seht ihr noch die brennesseln aus denen machen wir dann den d und da ist auch eine ganz neugierige kuh das ist keine kuh das ist ein ochse das könnte daran erkennen dass da kein euter drauf ist und hier rüben ist eine kleine genau